moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar meine farming map ist fertig für unseren city ap server und ihr könnt ihr natürlich auch haben links wie immer unten in der video beschreibung und ja dann würde ich mal sagen dass wir uns das gute stück doch mal angucken das ganze feld ist halt ausgefüllt einmal halt hier mit mais dann kohl schöne kürbisse salat das sind extra props und hier ist auch noch mal cool gucken uns gleich näher an morgen und hier noch kartoffeln so ja wir haben zum beispiel das so mit einem extra script wo wir hier so farming points haben wenn ihr das auch habt zum beispiel oder so oder es soll einfach ein bisschen schöner aussehen wie gesagt link ist unten in der video beschreibung und ja gut dann würde ich sagen kommen wir auch direkt zur installation wenn wir uns das ganze dann heruntergeladen haben beziehungsweise so besorgt haben dann müssen wir das ganze hier einmal auspacken und dann müssen wir wie gewohnt einfach hier den namen kopieren das ganze in den resources ordner reinschmeißen dann gehen wir wieder zurück und gehen in die extra cfg und hier müssen wir das ganze wie gewohnt auch mit ein search leerzeichen und an den kopierten ordner namen hier abspeichern so das ganze müssen wir dann noch abspeichern und übernehmen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den server neu starten und wir haben die map auf jeden fall erfolgreich installiert gut leute das soll es auch schon wieder gewesen sein falls euch das video so weit gefallen haben sollte dann lasst auch hier meinen daumen nach oben da kommentieren abonniere nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschau tschau und dann